Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 24. Vorlesung Nano im Wintersemester 2021-2022 in der Physik an der Universität Konstanz. Wir sind schon eine Ecke nach Weihnachten und das ist die 5 letzte Vorlesungsdoppelstunde. Wir sind also tief im Stoff und zwar sind wir noch im Kapitel Werkzeuge, ich hoffe aber dann weiter zu gehen in das Kapitel Nanopartikel. Wobei Nanopartikel und auch die Anwendung Computer, da habe ich ja schon ein bisschen was darüber erzählt, also schon was vorgegriffen. Aber natürlich müssen wir diese folgenden Kapitel noch bis zum Ende des Semesters ordentlich durchsprechen. Hier mal eine genaue Auflösung dessen, was ich wirklich in den einzelnen Doppelstunden gemacht habe. Also Doppelstunde deswegen, eine Stunde ist 45 Minuten und eine Vorlesung ist ja immer 2x45 Minuten mit einer Pause dazwischen. Aber im Video brauchen wir ja keine Pause, da kann man ja einfach auf Stopp stellen und dann höre ich auf zu quatschen und die Studis können sich einfach eine Tasse Kaffee holen. Oder auch Vorspulen, das habe ich schon mal erwähnt, wenn es langweilig wird. Also letztes Mal Fotolithografie und Chip-Herstellung, da habe ich eine ganze Menge darüber erzählt. Und auch, wie es möglich ist mit 193 Nanometer Laserstrahlung, trotz dieses Beugungslimits dann auf Strukturgrößen von 45 Nanometern, also viel kleiner als die Wellenlänge des Lichtes, das verwendet wird. Oder sogar auf, ja, dann reden die da von 10 Nanometern. Also wie man das macht, das habe ich so ein bisschen beschrieben. Und diese Maschinen, die das können, die also Massenproduktion von solchen Chips machen, in dieser, ja, das ist eben wirklich Nanotechnologie, weil es eine Ecke unter 100 Nanometern ist. Diese Maschinen sind ziemlich teuer, also ich weiß gar nicht, was so eine normale 193 Nanometer, also die Wellenlänge des verwendeten Laserlichts, was die kostet. Ich schätze mal 10, 20, 30 Millionen Euro. Ja, keine Ahnung, müssen mal gucken, vielleicht gibt es auch Sonderangebote für gebrauchte Maschinen. Aber jetzt geht es dann noch heute um Maschinen, die das noch ein bisschen besser können mit einem anderen Prinzip. Und die kosten dann nochmal eine ganze Ecke mehr. Ja, also Lithographie, aber ja, Lithographie im High-End-Bereich, also besser als die 193 Nanometer Standardmaschinen, die also für die Laptops und Handys verantwortlich sind, die wir heute benutzen. Also dann geht es weiter noch und dann geht es in Richtung Nanopartikel, Aerosole und Feinstaub. Feinstaub. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar möchte ich mich zunächst nochmal für die vielen Unterstützer bedanken, die Geld überwiesen haben, damit ich meine Angestellten für meinen YouTube-Kanal weiter betreiben kann. Ich habe ja zwei Leute, die mir bei der Videoproduktion und beim Hochladen auf YouTube helfen. Und da war ich ein bisschen in Sorge jetzt nach der Pandemie, wie ich das weiter finanzieren soll, denn das hat vorher hat mir die Uni da geholfen. Aber jetzt ist die Pandemie zu Ende, Vorlesungen sind wieder live. Aber ich würde eben trotzdem gerne diese Vorlesungen und auch viele andere Beiträge weiter auf YouTube publizieren. Und ich denke, das finden einige Leute ganz gut, offensichtlich, denn es funktioniert ein bisschen mit diesem Crowdfunding. Also vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Und wenn Leute spezielle Wünsche haben, können sie mir das gerne schreiben. Ja, vielen Dank also. Ja, und das Zweite, ganz kurz in dieser Werbeunterbrechung ist, wir machen ein Symposium am 13. und 14. Mai 2022 in Konstanz im Festsaal des Steigenberger Hotels. Und zwar geht es um Energie, Klima, Ökonomie und Bevölkerung. Das ist also im weitesten Sinne eine Klimakonferenz, aber diesmal wirklich nur mit Wissenschaftlern. Ohne Ideologie auf der Basis der westlichen Werte wollen wir das versuchen unter Erhalt unserer normalen Lebensbedingungen, Demokratie. Und die Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen, also Politologen, Klimatologen natürlich, Energieexperten und Wirtschaftsexperten, wie zum Beispiel Hans-Werner Sinn, sind angehalten, in möglichst einfachen Leuten den Bürgern die Komplexität des Problems zu erklären. Und ich denke, gerade jetzt in der Ukraine-Krise haben wir gesehen, dass es mit dem Klimaschutz dann doch nicht so gut bestellt ist, in dem Augenblick wo eine Krise auftritt und auf einmal geht es dann um Energie, um Energieversorgung, Versorgungssicherheit. Plötzlich tauchen andere Probleme auf und das Klima rutscht nach hinten. Und genau diese Komplexität, die wollen wir da in Konstanz behandeln. Und zwar eigentlich relaxed in einem festlichen Rahmen und in einem sachlichen Rahmen. Das sind die Redner hier in der Mitte, in der wir Hans-Werner Sinn, einer der prominentesten Redner vielleicht. Aber wir haben auch Dirk Leufen von der Universität Konstanz, der über die Stabilität der Demokratie reden wird. Also inwieweit ist die Demokratie überhaupt geeignet, Großkrisen zu bewältigen? Ich denke auf jeden Fall schon, natürlich, aber es wird inzwischen in Frage gestellt. Und dann haben wir eben zwei Klimaforscher hier, Thomas Peter und Ulrike Lohmann, die uns zunächst mal in die Hauptproblematik, also der Anlass des Meetings, ist natürlich der Klimaschutz, der jetzt aber in der Ukraine-Krise ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ja, so ist es. Und der Eintritt ist frei. Es gibt auch freie Getränke. Also jeder ist willkommen, aber man muss sich über die Homepage anmelden. Und ich denke, es sollte mal einen Ball tun, denn es könnte sein, dass es ziemlich voll wird. Es gibt auch eben einen konkreten Bezug zur Ukraine-Krise. Und jetzt geht es weiter mit meinem normalen Video. Ja, also wir sind noch in den Werkzeugen der Nanowissenschaften. Wir sind immer noch bei Fotolithografie. Jetzt aber das High-End der Fotolithografie. Und da gab es zum Beispiel hier im Jahr 2020, jetzt haben wir 2022, also Januar 2022, also vor zwei Jahren gab es da von dem Bundespräsidenten in Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, den Zukunftspreis, ich glaube, den gibt es jedes Jahr, und zwar für EUV-Lithografie. Und EUV, die Abkürzung, bedeutet in dieser Welt der Lithografie-Menschen oder auch der Leute, die mit Synchrotron-Strahlung arbeiten, also mit ganz anderen Anwendungen, aber jedenfalls Leute, die sich mit Licht beschäftigen und was man alles mit Licht oder elektromagnetischer Strahlung machen kann, da bedeutet EUV Extreme Ultraviolet Light, ne, V, Extrem Ultraviolet, das V steht für Ultraviolet, genau. Das ist also dann eine Anwendung der Fotolithografie mit viel kürzer wellenlängiger, also mit elektromagnetischer Strahlung, also man würde es UV-Licht, aber hartes UV-Licht oder fernes UV-Licht nennen, im viel kürzeren Wellenlängenbereich. Und zwar am Faktor 10 ist die Wellenlänge kürzer. Das sind, ja, das werden wir gleich sehen, wo die liegt. Und das wurde hier vergeben an einige Forscher, die sind hier abgebildet. Hier ist auch immer der Link angegeben, wo wir das finden, auf der Seite vorher. Das sind die drei Forscher, hier stehen auch die Namen, kann man sich anschauen. Aber was ich hier beeindruckend finde, ist, dass diese drei Wissenschaftler, die den Zukunftspreis bekommen haben, die stehen vor ihrer Maschine. Und das dahinter, das ist die Maschine, die da entwickelt worden ist. Und das gibt so ein bisschen den Eindruck, was das eigentlich für Apparate sind, mit denen überhaupt Computerchips heute hergestellt werden. Und das ist jetzt ein Apparat, der kann das nochmal, im Prinzip jedenfalls, ein Faktor 10 besser. Und man hat so das Gefühl, ja, also das ist erstens teuer und zweitens langwierig und drittens extrem kompliziert, so eine Maschine zu bauen. Das ist also eine EUV-Fotolithografie-Maschine. Ja, und sie kostet hier, das ist jetzt eine andere Maschine, das ist auch ein anderer Hersteller, das ist ASML, das ist, glaube ich, eine Firma in Holland, wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Aber das ist eben eine Firma, die diese Maschinen, auch die normalen Fotolithografie-Maschinen, die also heute, wie ich schon sagte, für die ganzen Chips verantwortlich sind, also die mit diesen Maschinen hergestellt werden, ASML. Und die haben auch so eine EUV-Maschine entwickelt. Und hier sieht man diese Maschine von der Firma. Und was eben typisch ist, ja, ich bin ja selber Experimentalphysiker und baue eben auch solche Maschinen. Ich habe ja mal in der vorigen Vorlesung irgendwie vorher mal meine Maschine am Synchrotron gezeigt, der Swiss Light Source, die sieht also eher wie das Ding aus, die Kabel alle unordentlich und so und alles noch so im experimentellen Bereich. Man muss alles Mögliche umbauen, weil man noch nicht genau weiß, wie es geht. Ja, dann sieht das eben ziemlich chaotisch aus. Währenddessen in der Industrie sieht dann so eine Maschine unglaublich viel ordentlicher aus. Das ist natürlich im Rheinstraum und so weiter, dürfen natürlich keine Staubkrümel drin sein, weil ein Staubkrümel ist ja sowas wie ein riesiger Felsbrocken für diese Nanotechnologie. Ja, hier sieht man die Maschine, die sieht jetzt wesentlich ordentlicher aus, ist aber auch noch, ja, ob jetzt die Maschine vorher vom Zukunftspreis jetzt nicht vielleicht teurer war, könnte schon sein, weiß ich nicht. Aber diese kostet jedenfalls hier nach diesem Artikel, hier ist der Link angegeben, das ist wired.com, das ist so eine Internetseite, wo man über Computerentwicklung informiert wird und die kostet 150 Millionen. Und ich lese hier diesen Text mal vor. Da muss ich ein bisschen zur Seite gehen oder, ja, also man sieht es hoffentlich in der Kamera. Also, the current generation of EUV, also extrem ultraviolettes Licht, machines are already, to put it bluntly, kind of bonkers. Ja, bonkers, da kann man nachgucken, das sind so, also irgendwelche Riesenfiecher oder sowas. Weiß nicht, wie ich es richtig übersetzen soll. Each one is roughly the size of a bus. Also, Bus auf Englisch heißt Bus auf Deutsch. And goes 150 million. It contains 100.000 parts. Na gut, also so ein Computership hat ja so typisch 50 Milliarden Transistoren, also da kann mich jetzt 100.000 Teile, können mich jetzt ehrlich gesagt nicht erschrecken. Aber das sind natürlich größere Teile, wie man sieht, ja. 100.000 parts and two kilometers of cabling. Zwei Kilometer Kabel. Wie lange sind denn die Neuronen in so einem menschlichen Gehirn? Aber es wird wahrscheinlich länger sein. Also zwei Kilometer finde ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Dann wird es aber schon beeindruckend. Shipping the components requires 40 flight containers. Also diese großen Container, 40. Ja, um das, aber das sieht ja so aus, als würde es in einen Container passen. Ja, hier brauchen sie 40 Container. Wahrscheinlich müssen ja alle verpackt werden, dann braucht es mehr Platz. Three Cargo Planes, also diese großen, ja, so riesige Passagierjets, aber leer, ohne Sitze. Das ist Cargo, also Frachtmaschinen. Oder 20 LKWs. Only a few companies can afford the machines. Also nur wenige Firmen sind an der Entwicklung solcher Maschinen beteiligt. Also erstmal braucht man die finanziellen Reserven, um das zu investieren, in die Forschung und Entwicklung. And most of them go to the world's big three leading edge shipmakers. Also wer kauft denn so eine Maschine? Die Leute, die Chips herstellen und verkaufen. Und da gibt es noch ganz wenige, die diese sehr aufwendige Technologie überhaupt Investions, also die so eine Maschine kaufen können und dann eben auch die Möglichkeiten haben, die Masken herzustellen, das ganze Prozessieren, dieses Fotolacks und so weiter. Da ist ja, also die Maschine selber ist eine Sache, die muss man bauen. Und wenn man die Maschine hat, dann braucht man eine riesige Peripherie, bis man schließlich mal ein Chip in einem Gehäuse drin hat. Und dann muss man weiterhin die Chips auch noch auf dem Mainboard setzen und in den Computer zusammenbauen. Das sind also mehrere Schritte mit mehreren Firmen. Also jetzt erstmal die Shipmakers, wo nur der CPU-Chip rauskommt. The World's Leading Foundry, Taiwan-based TSMC in Taiwan, as well as Samsung in South Korea und Intel, was glaube ich in den USA ist. Das sind also drei Firmen, die so eine Maschine überhaupt kaufen würden weltweit. Das heißt, der Kundenkreis, der Hersteller dieser Maschinen ist sehr, sehr begrenzt. Aber ohne diese Firmen und diese Maschinen gibt es eben keine Weiterentwicklung oder jedenfalls keine großartige Weiterentwicklung mehr bei den Computerships. Denn EUV, das wäre jetzt eben eine Zukunftstechnologie. Jedenfalls sieht es im Augenblick so aus. Aber das ist so ein bisschen wie Wasserstoffautos und Batterieautos oder ganz andere Autos. Das kann man sich im Augenblick noch nicht so richtig vorstellen, was jetzt wirklich langfristig die Technologie ist. Ob es dann wirklich die perfekten Batterieautos sind, dass man die Batterien noch weiter verbessert. Oder am Ende doch Wasserstoffautos, aber Wasserstoff hat auch Nachteile und so weiter. Und bei dieser Entwicklung hier zu noch kleineren Strukturen auf den Chips mit einfach kürzeren Wellenlängen, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob EUV die richtige Lösung ist. Denn wie wir gleich sehen werden, es ist sehr, sehr aufwendig. Und zwar, das hier ist der Strahlengang, also das Innenleben, das entscheidende Innenleben dieser Maschine. Und ich hatte ja erzählt, bei der normalen Fotolithografie haben wir so eine Art Diaprojektor. Das heißt, das Diaprojektor, das ist die Maske. Und das sind ja mehrere Prozessschritte, brauchen also mehrere Masken. Und der Wafer ist mit Fotolack bedeckt und der wird belichtet. Und dann wird das, was belichtet ist, kann man dann weglösen mit so einem Lösungsmittel und so weiter. Aber das Entscheidende ist, dass der Wafer bedeckt ist mit dem Fotolack. Und der Fotolack wird mit einem Bild der Maske belichtet. Und die Strukturen auf der Maske werden verkleinert hin in den Nanobereich. Und damit die Beugung nicht so eine große Rolle spielt, nimmt man hier jetzt eben dieses extrem ultraviolette Licht. Und die Wellenlänge, da steht jetzt hier gar nicht, steht hier irgendwo die Wellenlänge, die ist irgendwo 10 Nanometer oder 13 Nanometer. Das ist also wirklich harte UV-Strahlung, wesentlich härter als UV-A oder UV-B von der Sonne. So, wie erzeugt man das? Erstmal das ganze Ding muss im Vakuum sein, weil an Luft kommt EUV-Strahlung nicht weit. Die ist ja ionisierend. Das heißt, die wird absorbiert von der Luft. Das heißt, alles im Vakuum. Dann haben wir hier eine Plasmaentladung. Also zumindest bei diesem Gerät hier. Bei diesem hier, das ist hier ein Artikel in Spanien Newsroom. Und da steht auch irgendwo die Jahreszahl, hoffe ich mal. Also ist schon ein bisschen älter jedenfalls. Und SEMATECH ist eine Firma. Und da haben wir hier eine Plasmaentladung als Quelle der Lichtstrahlung. Eine Plasmaentladung, also das ist sowas wie eine Neonröhre oder eine Leuchtstoffröhre. Allerdings ein bisschen konzentriert. Er hat jetzt nicht so die beste Strahlqualität. Das strahlt einfach so in alle Richtungen. Und dann braucht man hier so einen Parabolspiegel, um das mal einigermaßen zu parallelisieren. Wie gesagt, alles im Vakuum. Und dann gibt es hier eine abbildende Optik. Und die Maske wird nicht durchstrahlt. Denn die Maske, wenn das jetzt so ein Zellulidstreifen ist, so wie ein DIA, da kommt die EUV-Strahlung natürlich schon gar nicht durch, wenn sie nicht durch Luft durchkommt. Also ist es eine reflektierende Maske. Das heißt, die Maske hat eben reflektierende Teile und nicht reflektierende Teile. Und das ganze Ding hier wird belichtet in Reflexion. Das heißt, die Maske wird nicht durchstrahlt. Es ist eine Reflexion. Und das reflektierte Licht wird dann wiederum durch Spiegel, weil Linsen funktionieren nicht. Man kommt mit der EUV-Strahlung nicht durch Materie durch. Also durch Luft nicht, aber schon gar nicht durch irgendwelche Gläser. Egal welche Gläser. Es wird absorbiert. Also ist die ganze Abbildung hier ähnlich wie im Synchrotron-Bereich. Da arbeitet man ja mit Synchrotron-Strahlung. Das ist auch elektromagnetische Strahlung. Mit typischerweise sehr viel kürzeren Wellen. Wellenlänge noch als diese 10 Nanometer hier. Das ist alles reflektierende Optik. Da ist nichts mit durchstrahlen. Also sind alles Spiegel hier. Und die Spiegel dienen also der Abbildung. Und hier kann man jetzt wieder den Wafer, der mit dem Fotolack bedeckt ist, den kann man belichten. Und die Idee ist, dass jetzt die Beugung wegen der kürzeren Wellenlänge viel geringer ist. Aber natürlich hat man immer noch die ganzen anderen Probleme. Nämlich, dass der Fotolack belichtet wird. Und dann muss man das wegätzen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Ätzkanten, wenn man jetzt so einen Fotolack hat, das ist so eine Schicht, die ist so, was weiß ich, 10 Nanometer oder 50 Nanometer dick. Und man belichtet jetzt ein Stück. Dann darf es auch keine Lichtstreuung in dieser Fotolackschicht geben. Weil dann würde ja der Rand unscharf werden. Und dann muss der Ätzprozess auch super scharf sein, damit man so scharfe Kanten bekommt. Also die chemischen Prozesse, die dann hier weiterführen, nachdem man das Ding nun mal belichtet hat, die müssen eben auch diese 10 Nanometer oder bessere Genauigkeit haben. Also es ist nicht nur das Licht. Es sind viele andere Prozesse. Und auch, ganz wichtig, die Positionierung des Wafers. Auf dem Wafer, der ist ja so 30 Zentimeter im Durchmesser, da werden ja parallel mehrere solche Prozessoren, 100 oder so was, wie hier gezeichnet. Das wird immer weiter gesteppt. Die werden ja parallel erzeugt. Und man hat mehrere Prozesse mit mehreren Masken, wo man den Wafer immer wieder einbaut und dann neu mit einer anderen Maske belichtet, um dann wieder andere Strukturen, wie beispielsweise die Leiterbahnen, draufzubringen. Und der Wafer muss mit dieser Stepping-Mechanik immer haargenau auf 10 Nanometer, eigentlich auf 1 Nanometer genau, positioniert werden. Das heißt, wenn diese Riesenmaschine vibriert, oder wenn das eine Ende ein bisschen wärmer ist als das andere Ende der Maschine, da gibt es eine thermische Drift, also eine thermische Expansion, dann verschiebt sich der Wafer und dann hat man ein verwackeltes Bild. Dann sitzen die Maskenbilder nicht mehr genau übereinander. Es muss also vibrationsfrei sein, es muss absolut überall im thermischen Gleichgewicht sein, damit es keine thermische Drift gibt und so weiter. Das sind die Probleme, die wir immer in der Nanotechnologie haben, auch bei Elektronenmikroskopen mit der hohen Auflösung und auch, und das kann man sehr direkt sehen, beim Raster-Tunnel-Mikroskop. Das ist eine Maschine, so ein kleines Raster-Tunnel-Mikroskop, kostet 150.000, ist nicht so teuer, geht auch an Luft. Und wenn man da also das nicht vibrationsfrei aufhängt, das kann man aber noch zu Fuß machen, weil das ist nicht ganz so empfindlich auf Vibrationen, da kann man das an so Gummibändern aufhängen, dass die Gebäude-Vibrationen keine Rolle spielen, oder man misst nachts, wenn nicht so viele Leute im Gebäude rumrennen, oder im Keller, wo das Fundament ein bisschen weniger Vibrationen hat. Also wir haben unser Raster-Tunnel-Mikroskop im Keller, natürlich aufgehängt, vibrationsfrei, und dann muss es noch thermisch stabil sein. Also sobald man dagegen pustet, so warme Atemluft, dann rauscht das Bild durch, als würde die Probe darunter langgezogen werden. Das ist thermische Drift, weil die Spitze hängt ja oben in der Aufhängung mit diesen Piezo-Kristallen beim Raster-Tunnel-Mikroskop, und die Probe ist unten befestigt dann irgendwas. Und wenn dazwischen auch nur der leiseste Temperaturunterschied ist, dann schiebt das Ding, weil der Temperaturunterschied gleicht sich aus und verändert sich die thermische Ausdehnung. Im Nanometer-Bereich ist das so, als würde die Probe auf dem Schnellzug unter der Spitze durchrauschen, wegen der thermischen Drift. Und das gilt hier natürlich auch alles. Das heißt, diese wunderbare, super duper Optik mit einer ganz geringen Beugung nützt überhaupt nichts, wenn nicht die anderen Technologien drumherum, also einfach die mechanische Positionierung, die Aufhängung, Vibrationsfreiheit, thermische Stabilisierung und dann die chemischen Prozesse, wie dieses Weckätzens, Fotolacks und so weiter, wenn die nicht auch mit einer Präzision bei 10 Nanometer Strukturen, ein Nanometer Präzision, wenn die nicht genauso gut dann auch laufen. Ja und jetzt positionieren wir mal einen 30 Zentimeter Wafer mit einer Genauigkeit von einem Nanometer. Das gehört also alles zusammen und macht es dann eben jedes Mal unglaublich viel aufwendiger, diese Grenze, noch kleinere Strukturen, diese Grenze der Kleinheit, die Fertigungsgenauigkeit noch weiter voranzutreiben. Aber es scheint hier zu gelingen. Aber trotzdem ist ein Faktor 10 kürzere Wellenlänge, dann würde man erwarten, dass die Strukturen Faktor 10 kleiner sind. Das ist nicht der Fall, eben weil so viele andere Dinge dann auch so super genau positioniert werden müssen. Und das hier ist eine andere, ah ne, das ist die gleiche. Ne, das ist auch so eine Maschine von ASML, die heißt TwinScan NXE 3400B. Ja, ich weiß nicht, ob man die im Internet kaufen kann, da kann man mal gucken, was sie kostet und die Lieferzeit. Aber eben, 150 Millionen ist ungefähr der Preis, so sieht sie ja aus. Und die Neuzüricher hier, NZZ hat einen Artikel da publiziert, jetzt fehlt wieder das Datum, das steht da irgendwo, ja, also ist eine Weile her hier. Aber sie sind der Meinung, das ist die komplizierteste Maschine, welche die Menschheit je gebaut hat. Ja, also gut, die komplizierteste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Also was hat denn die Menschheit so gebaut? Die Pyramiden, Pyramiden da in Ägypten. Hm, die sind nicht kompliziert, die sind ein Haufen Steine übereinander geschichtet. Da würde jetzt der Elektroniker sagen, ja, also Steine aufeinander schichten. Was haben wir noch? Dann haben wir die großen Staudämme, die kann man immerhin vom Weltall aus sehen oder auch die chinesische Mauer, das sind immer noch Steine, die man übereinander baut. Was ist denn kompliziert? Ist das wirklich die komplizierteste Maschine der Welt? Also zumindestens, na, ich will ja nicht spotten, also das ist jetzt die Schweizer Sicht, die die NZZ hier wiedergibt. Aber in der Schweiz gibt es eigentlich die meines Erachtens komplizierteste Maschine der Welt, die sowohl groß als auch kompliziert ist. Das ist der Speichering vom CERN. Der diese, was hat der für einen Durchmesser? Unter Genf läuft der lang. Und das ist nicht einfach nur eine U-Bahn-Tunnel, sondern da drin ist dieser Speicherring, dieser riesige Collider mit den gigantischen Detektoren, die da sind. Die haben alle so Namen, so Hera oder Zeus oder sowas. Und diese großen Speicherringe, wo Elementarteilchenphysik gemacht wird, wo man also die Struktur der Raumzeit und der Elementarteilchen versucht zu verstehen, die sind schon wirklich kompliziert. Und bei diesen großen Speicherringen, da sieht man übrigens auch die Gezeiten, die müssen den Speicherringen korrigieren. Also das geht mit der Optik von den gespeicherten Teilchen, also wenn das Protonen sind, ein Hadronen-Collider, dann sehen die, wo der Mond ist. Weil sich das ganze Ding mit den Gezeiten, also der Gravitation vom Mond verschiebt. Das kann man jetzt bei der Maschine nicht sagen. Also natürlich, ich denke, dass das für doch viele Leute sehr beeindruckend ist, die Maschine. Aber für den Experimentalphysiker denke ich, ah ja, es ist schon ganz gut, also schon okay. Aber das ist nicht die komplizierteste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat. Mitarbeiter von ASML und so weiter. Also jedenfalls war offensichtlich der Reporter, der den Artikel geschrieben hat, schwer begeistert von diesem Viech. Aber die Experimentalphysiker bauen noch sehr viel größere Geräte. Übrigens auch diese Weltraumteleskope. Das sind wirklich aufwendige Maschinen. Also das hier finde ich jetzt, das geht noch. Das können wir vielleicht auch versuchen, vielleicht mit 10, 20 Doktoranden zu bauen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, sorry. Aber trotzdem, ist natürlich ein doll beeindruckendes Ding. Und so sieht es dann aus, wenn man es kauft. Da wird es natürlich schön in so ein Gehäuse gepackt und ist nur noch eine Taste für die Bedienung. Die Bedienung ist ja, die blicken ja, also das muss man immer userfreundlich machen. Großen Knopf ein und noch einen großen Knopf aus. So fertig. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber das sieht man schon hier, dass das Ding dann anwenderfreundlich gemacht ist. Und man kann also so ohne weiteres nicht reingucken. Und hier ist die Wellenlänge. 13,5 Nanometer Light Wavelength. Das ist viel kürzer als die 193 Nanometer vom Laserlicht. Und es bedeutet, es muss alles in reflektierender Optik geschehen. Also nichts mit Linsen. Und die Auflösung 13 Nanometer. Ja, die ist eben nicht so super duper gut. Weil wir waren ja schon auf 45 Nanometer oder sogar noch besser mit der normalen 193 Nanometer Laserlichtfotolithografie gekommen. Ja, da muss man sich natürlich schon fragen, lohnt sich das jetzt? Aber natürlich ist jetzt hier die gleiche Möglichkeit gegeben, eben die Genauigkeit noch weiter zu treiben. Wir starten ja schon mit einer Faktor 10 kürzeren Wellenlänge. Und dass das überhaupt geht mit 13 Nanometer Präzision, ist schon super beeindruckend. Und da kann man halt dann natürlich jetzt diese ganzen Verbesserungsmöglichkeiten noch anschließen. Also hatte ich ja erzählt, man kann da mit einem nicht-linearen Fotolack und so weiter. Aber da muss eben auch die Positionierung der Maske so genau sein. Aber im Prinzip kann man von hier aus mit diesem Ansatz jetzt das doch noch drastisch weiter vorantreiben. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt so Strukturen mit Fotolithografie einätzen kann in der Sittiumoberfläche, gibt es da eigentlich ein physikalisches Limit? Wie klein kann es denn werden? Also kann ich so eine Leiterbahn mit einem Atom machen? Also eine Leiterbahn aus Aluminium oder Kupfer oder was die da aufdampfen. Ich glaube, es ist nicht Kupfer, es war irgendwas anderes. Also die Leiterbahn von oben, die diese 100 Milliarden MOSFETs verbinden, dann kann ich die mit einzelnen Atomen machen. Also ein Aluminium, noch ein Aluminium, dann hätte ich eine Breite von 0,3 Nanometern. Wäre noch ein Atom dick, ist das dann leitfähig? Wahrscheinlich nicht, also die metallischen Eigenschaften erfordern schon, dass ich da mehr als 10 oder so Aluminiumatome habe. Also da gibt es eine physikalische Grenze, da ist zumindest ein normales Metall nicht mehr einfach normal leitfähig, sondern vielleicht halbleitend. Aber es gibt dann vielleicht andere Materialien, die als Festkörper eben nicht geeignet sind, aber im Nanobereich dann leitfähig werden, wie diese Kohlenstoff-Nanotubes. So was kann man dann nehmen. Also muss man zu anderen Materialien gehen, wenn man so klein wird. Aber es gibt eine Grenze. Irgendwann ist Schluss mit der Kleinheit. Aber da sind wir bei 13 Nanometern noch lange nicht. Also da kann man so, also was heißt noch lange nicht, die Strukturgröße. Ich denke, bei einem Nanometer ist Feierabend noch kleiner zu werden. Macht keinen Sinn mehr, weil die Materialien selber, ob das nur Silizium oder Metall ist, haben andere physikalische Eigenschaften, weil sie so klein sind. Also Drähte sind keine Drähte mehr. Gut, aber das wäre dann erst so bei 1, 2 Nanometer. Also 2 Nanometer, da müsste eigentlich noch alles gehen. Also ich denke, wenn man eine Technologie hat, würde ich jetzt mal einfach so schätzen, die 2 Nanometer Strukturen machen kann, da müsste alles noch gehen. Also da haben wir noch einigermaßen normale Verhältnisse. Darunter tauchen neue physikalische Eigenschaften auf und da müssen wir uns ganz was Neues einfallen lassen. Jedenfalls mit den Materialien. Gut, das war es also mit der extrem ultravioletten Lichtfotolithografie. Und es gibt nur ganz wenige Firmen und noch weniger Maschinen, die da arbeiten. Aber es geht immerhin schon mal und das ist wirklich beeindruckend. Ja, da gibt es noch andere Methoden der Lithographie. Und zwar, das ist so ein Arbeitspferd im Labor für so Forscher, die jetzt einfach mal eben kurz was Nano strukturieren wollen. Die können sich ja nicht für 150 Millionen so eine EUV-Maschine kaufen. Ja, außerdem braucht man das ganze Bedienungspersonal dazu und so weiter. Sondern das macht man mit Elektronenstrahl-Lithographie oder Fokus-Einbeam. Fokus-Einbeam ist nicht Lithographie, ist eine andere Methode, erzähle ich gleich. Aber sowas kann man sich kaufen, kostet eben auch 100 Millionen, nicht 100 Millionen, 100.000 oder 200.000. Und damit kann man Nanostrukturen machen und so für den Hausgebrauch. Ja, das hat man also in so einem Physikfachbereich hat man solche Maschinen. Also wenn man Nanophysik betreibt. Und hier sieht man so, das Foto ist ein bisschen unscharf, das ist auf der Homepage der Universität Regensburg. Und da sieht man so einen typischen, so richtig wie ein Dr. Hansi, ich weiß jetzt leider nicht, wer das ist, aber man sieht, wie happy diese Forscher, bin ich ja selber auch, wenn die so eine Maschine haben. Das ist eine kommerzielle Maschine, sieht man schon, ist verkleidet, man sieht die vielen Kabel und das Chaos da drin nicht. Also Chaos aus der Sicht des Laien. Auch die Komplexität sieht man nicht, dass da drin ist. Das ist schon auch eine komplizierte Maschine, also nicht die komplizierteste der Menschheit, aber schon kompliziert. Aber man sieht, das kann man jetzt als Fachbereich Physik oder als Uni oder auch Max-Planck-Institut kann man sich das leisten. Das ist jetzt noch nicht mal besonders teuer. Man hat bedienerfreundliche Oberflächen, also das ist das, was wir in der Pandemie sowieso immer machen. Wir sitzen vor einem Flachbildschirm und tippen da irgendwas ein. Das wäre jetzt die Steuerung für diese Elektronenstrahllithographie. Und man sieht die Freude hier, der Debabo neu, als das Foto gemacht wurde, der Forscher, die jetzt damit also sehr interessante physikalische Grundlagenforschungsfragen untersuchen können. Eben, was ich gerade erwähnt habe, wenn ich Nanostrukturiere, verhalten sich die Materialien anders. Es gibt neue Effekte, vor allen Dingen Quanteneffekte. Das heißt, ich muss erstmal so eine Probe, ich muss jetzt nicht unbedingt immer ein Siliziumwäfer sein, die muss ich Nanostrukturieren in bestimmter Weise und dann kann ich neue Effekte, Quanteneffekte oder irgend sowas. Da gibt es allerhand lustige, nicht lustige, also wir finden das lustig, wir Physiker. Also wenn ein Physiker sagt, das sind aber lustige Daten, dann ist er begeistert. Das ist also die höchste Ekstase, zu der ein Physiker oder eine Physikerin fähig ist. Oh, das ist aber lustig jetzt. Also sieht man hier, Begeisterung, neues Gerät und es ist überschaubar und bezahlbar. Und da gibt es dann Reviewartikel, hier habe ich mal einen aus dem Netz einfach so rausgesucht. Das ist jetzt vielleicht nicht der repräsentative Super-Duper-Reviewartikel, aber einer von vielen und sehr informativ jedenfalls. Typischer Reviewartikel heißt Übersichtsartikel, das ist also eine Zusammenfassung zu dem jeweiligen Stand, als der Artikel geschrieben wurde, in diesem Fall 2015, die Zusammenfassung vieler, vieler Einzelpublikationen aus dem Umfeld der Elektronenstrahllithografie. Wenn man so einen Artikel liest, dann hat man erstmal einen Einblick, worum es überhaupt geht. Wobei die häufig schon diese Reviewartikel voraussetzen, dass man weiß, was Elektronenstrahllithografie ist. Da müssen wir jetzt erstmal auf so einer allgemeineren oder im Lehrbuch nachgucken, erstmal gucken, was ist das überhaupt, was bedeuten die Abkürzungen. Aber dann kann man eben Reviewartikel lesen und wird dann schon sehr tief in das Wissen des Aktuellen, den Fortschritt des Fachgebiets eingeführt. Das gilt für alle Wissenschaftsgebiete. So, und das ist einer hier, also der ist aus China, da haben wir hier also Yifang Sheng, hat diesen Artikel geschrieben, Shanghai Fudan University. Und der Titel ist Nanofabrication by Electron Beam, Lithography and its Applications, a Review, also Anwendungen. Ja, und das Prinzip wird ja auch beschrieben, ähnlich wie Photolithographie, aber Belichtung ist Photoresisten mit Elektronenstrahl. 10 Nanometer Strukturgröße erreichbar. Typischerweise sind die normalen Labors, und das hat eben was mit dieser Vibrationsbegrenzung, keine thermischen Gradienten und so weiter, da erreicht man halt 40, 50 Nanometer. Und wenn man sich, Gott weiß, wie viel richtige Mühe gibt, so ein Täteretä, dann kommt man auf 10 Nanometer. Aber mit so einem normalen Gerät ist, glaube ich, 10 Nanometer jetzt ein bisschen schwierig zu erreichen mit dieser Technologie. Also ich belichte den Photoresist, ich muss also immer noch entwickeln und dann etzen und sowas alles, aber das kann man schon in so einem normalen Universitätslabor machen. Aber ich brauche nicht diese sehr, sehr aufwendige Waferstepper-Fotolithographie-Technologie, und da muss ich erst mal eine Maske entwerfen. Ach du lieber Gott, wie mache ich denn eine Maske? Die muss programmieren und dann herstellen. Hier kann ich mit einem Elektronenstrahl einfach schreiben. Und einen Elektronenstrahl kann ich mit Magnetfeldern ablenken. Das ist eine ganz einfache Technologie. Ich habe also eine Elektronenquelle, das ist einfach ein Filament, also ein Glühfaden. Das ist eine scharfe Spitze natürlich, weil der Quellpunkt muss möglichst punktförmig sein. Dann beschleunige ich die Elektronen mit elektrischen Feldern und kann die mit magnetischen Feldern hin- und herfahren, wenn die da auf meinen Fotolack treffen. Ich kann also damit regelrecht schreiben. Das ist bestechend einfach. Und dann habe ich, da wo der Elektronenstrahl langgegangen ist, passiert dasselbe, als hätte ich den Fotolack belichtet. Das ist wahrscheinlich ein anderer Fotolack für Elektronen, aber jedenfalls er ist belichtet. Und dann kann ich dieselben Prozessschritte dann anwenden, wie bei der Fotolitografie. Aber diese aufwendige Massentechnik, die ja nur Sinn macht für die Massenproduktion, die entfällt hier. Und ich kann eigentlich kleiner werden, weil es ist ja Elektronenstrahllithografie. Also ein Elektronenstrahl, ähnlich wie ein Elektronenmikroskop, ist natürlich der Lichtabbildung überlegen, wegen der Debordli-Wellenlänge. Die ist ja viel kürzer als die Wellenlänge des Lichtes. Ja, aber trotzdem, man hat Abbildungsfehler und so weiter. Unter 10 Nanometer kommt man mit dieser Technologie nicht so ohne weiteres. Genau gesagt, habe ich nichts gefunden, was signifikant unter 10 Nanometer liegt. Ja, hier ist so ein typisches Bild von einer Nanostruktur. Da geht es also um die Prozesse in diesem Quantenpunkt hier. Das sind die Anschlusselektroden und das ist die Steuerelektrode in Gate. Das ist also wieder so eine Art MOSFET, aber mit einem Quantenpunkt hier in der Mitte. Das wurde mit Elektronenstrahllithografie hergestellt. Das ist auf dem Träger, wahrscheinlich ein Oxyd hier und das sind metallische Strukturen und hier eben ein ganz kleiner Quantenpunkt und man will eben die Quantenprozesse in diesem Quantenpunkt untersuchen. Ja, aber der Quantenpunkt hat einen Durchmesser von 70 Nanometern. Das ist jetzt aus den Augen eines Quantenphysikers oder auch jemand wie mir selber, der Cluster untersucht. C60 hatte ich ja als den Mustercluster, dem Vorzeigecluster erwähnt, aus 60 Kohlenstoffatomen mit ganz speziellen Eigenschaften. Der hat einen Durchmesser von einem Nanometer. Den würde man hier auf dem Bild gar nicht sehen, weil der so klein ist. Also aus meinen Augen ist das jetzt schon Nanotechnologie, weil es unter 100 Nanometer ist, war ja die Definition. Nano ist alles unter 100 Nanometer, in wenigstens einer Dimension. Ja, da ist das gigantisch. Das sind Elefanten hier, keine Ameisen. Also das ist schon grob. Aber man kann es eben sehr schön herstellen, von zu Fuß sozusagen zu Hause, mit diesem Elektronenstrahllitografie-Maschinen und kann auch Quanteneffekte studieren, weil die treten durchaus unter bestimmten Bedingungen bei den richtigen Materialien in diesem Größenbereich auf. Aber das ist so ein Daily Life, also das normale Instrument, wenn man solche Sachen strukturieren will. Und hier wieder aus Regensburg mit der neuen Maschine, wo ich gerade dieses Bild gezeigt habe von dem begeisterten Forscher. Da kann man eben schon noch ein bisschen besser werden, besser sogar als diese 10 Nanometer. Das war so ein bisschen die Grenze, die in dem Review-Artikel, den ich gerade gezeigt habe, erwähnt wurde. Aber hier sind wir jetzt, also das ist von 2007, hier sind wir also, denke ich mal, im High-End-Bereich der elektronischen Arlitografie. Hier wurden also Stege hergestellt mit einer Breite von 6,3 Nanometer. Und dieses Wabenmuster hier, da geht es eben auch um die Untersuchung von bestimmten Resonanzstrukturen, quantenmäßigen Resonanzen oder Quanteneffekten in einer solchen Wabenstruktur hier. Ich kann das mal vorlesen. Honeycomb Pattern, also ein Wabenmuster, Defined by Electron Beam Lithography and Edged into the Ferromagnetic Semiconductor. Und das ist jetzt das Material, Gallium-Mangan-Asen. Es ist ein ferromagnetischer Halbleiter. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, weil ein Ferromagnet muss Metall sein. Das ist aber ein Halbleiter. Es gibt ferromagnetische Halbleiter. Und das ist schon mal ungewöhnlich. Und die sind jetzt noch nanostrukturiert. Top-Down heißt, das hatte ich erklärt, von oben runter. Ich fange also mit etwas Großen an, sagen wir mal einer kontinuierlichen Schicht aus diesem Gallium-Mangan-Asen. Und ich strukturiere das. Ich fräse da was raus. Das ist also Top-Down. Ich fange mit etwas Großen an und falle das runter auf die kleinen Strukturen. Und das ist das ultimative Ende hier. 6,3 Nanometer ist schon verdammt gut. Muss ich sagen, mit Elektronenstrahlithographie erreichbar zu Fuß, ohne jetzt eine 150 Millionen Maschine zu bemühen. Allerdings, noch mal zu wiederholen, die 150 Millionen Dollar Maschine ist für die Massenproduktion geeignet. Das hier dauert eine Ewigkeit im Labor herzustellen. Also eins von den Dingern. Nicht eine Ewigkeit, aber ein, zwei Tage. Und das ist natürlich für eine einzige Probe. Wäre das für die Massenproduktion von Computerships, das geht nicht. Also dann hätten wir keine Handys. Dann hätte nur eine Person auf der Welt ein Handy. Potential of Top-Down Patterning Technique. Such Ultra Small Structus. I use the probe Interference Phänomene of Charge Carriers in Ferromagnetic Semiconductor. Also Interference, das ist jetzt Materieinterferenz von Ladungsträger, das können Löcher oder Elektronen oder sonst was sein, solchen Charge Carriers in diesen Wabenstrukturen. Und man kann also, obwohl das jetzt noch nicht eine Ein-Nanometer-Struktur ist, wo also wirklich neue, also durch die materialienbedingten Effekte auftreten, kann man eben schon allerhand solche Quanteneffekte sehr gut studieren. Deswegen hat man das in Nano-Instituten wie bei uns in Konstanz eben auch. So, das war Elektronen-Strahl-Lithographie und jetzt kommt Focus-Ein-Beam. Also diese beiden Technologien, Fotolithographie und Elektronen-Beam-Lithographie, das sind Belichtungen von Fotolack. Da hat man immer das Theater mit dem Fotolack und der Fotolack wird belichtet und weggeätzt und so. Und super genau, also ein Nanometer Präzision. Und das ist sehr, sehr schwer, wenn nicht, gar nichts zu erreichen mit diesem Fotolack. Ich kann aber direkt arbeiten mit einer Art Pfeile, also so wie wenn man mal so eine Lehre macht als Maschinenbauer oder so. Da fängt man an als Lehrling, ja, kriegt man so einen Klotz aus Eisen und jetzt eine Pfeile und jetzt bearbeite mal, macht daraus mal ein Zahnrad oder so. Und da feilt man dann ein paar Tage und bearbeitet. Ja, aber das ist abrasiv, also eine abtragende Technik, top down. Also direkt ohne Fotolack oder dieses ganze Theater und das ist Focus-Ein-Beam. Ich kann mit einem Ionen-Strahl, im Gegensatz zum Elektronen-Strahl, also wenn ich Elektronen-Strahl, im Vakuum ist das natürlich alles, weil Elektronen eben an Luft sowieso nicht weit kommen, wenn ich Elektronen-Strahl auf irgendeinem Target schieße, dann wird das nicht abgetragen, wird höchstens warm oder sowas. Und auch mit Licht kann ich da nichts abrasieren, also abfeilen. Aber mit Ionen kann ich das. Ich kann abspattern. Ich kann also fräsen mit einem Ionen-Strahl. Und einen Ionen-Strahl, Focus-Ein-Beam, den kann ich eben auch auf 10 Nanometer runterfokussieren und dann kann ich eben ein 10 Nanometer Graben durchziehen durch eine Probe. Das ist also wieder eine Vakuumaschine, weil Ionen kommen eben auch nicht in Luft weit. Beschleunige Ionen und fokussiere den Strahl, dann habe ich so einen sehr, sehr dünnen Strahl und ziehe den. Ionen kann ich mit Magnetfeldern oder elektrischen Feldern ablenken. Dann kann ich den irgendwo langziehen wie ein Schreiber und auch schreiben damit, indem ich den Ionen-Strahl ablenke und über der Probe hin und her fahre, mit elektrischen oder mit magnetischen Feldern. Ich denke, es wird mit elektrischen Feldern gemacht. Ja, und hier haben wir so eine Maschine und aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht ganz genau verstanden habe, nehmen wir immer Gallium. Also Gallium ist ein besonderes Metall, ist eigentlich so ähnlich wie Aluminium, aber es ist bei Raumtemperatur oder knapp oberhalb Raumtemperatur flüssig. Das heißt, ähnlich wie Quecksilber. Quecksilber ist ja bei Normalbedingungen eine Flüssigkeit. Ist natürlich giftig, deswegen haben wir im normalen Leben mit Quecksilber ungefähr gar nichts zu tun. Aber ich habe mal gehört, dass die alten Römer, die haben irgendwo in Höhlen natürliche Quecksilbervorkommen gefunden. Und zwar kam das Quecksilbervorkommen, ist ja flüssig, wenn das irgendwo im Metall, im Gestein ist, dann tropft das so raus, was flüssig ist. Und da gab es wohl, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, das habe ich mal irgendwo gelesen, da gab es wohl so Gesteinsbecken in diesen Höhlen, da ist von oben aus dem Gestein Quecksilber rausgetropft und dann hatte man eine Badewanne mit Quecksilber. Es ist flüssig und, na gut, es ist natürlich giftig, ja, also man überlebt das jetzt nicht so, also vielleicht zehn Jahre und dann fallen Jahre aus oder sonst was, aber die fallen sowieso aus. Also Quecksilber, also Quecksilbervergiftung, Schwermetallvergiftung, da sinkt der IQ. Ja, also das würde ich jetzt doch nicht empfehlen. Jedenfalls hatte ich mir überlegt, in so einem flüssigen Metall zu baden. Das geht aber nicht, weil Quecksilber hat eben eine Dichte von 20, also 20 mal dichter als Wasser und da sinkt man nicht ein. Man liegt einfach drauf und dellt das Quecksilber, was so super schwer ist wie Blei, das dellt man nur ein bisschen ein. Also auf jeden Fall muss das ein sehr interessantes Feeling sein. Ja, es geht natürlich heute nicht mehr, also es ging auch bei den alten Römern nicht, da sinkt eben der Intelligenzquotient und das ist jetzt nicht so gut. Aber Gallium ist auch ein flüssiges Metall, allerdings ich glaube, der Schmerzpunkt ist genau bei Raumtemperatur oder so. Aber ich kann es also ein bisschen warm machen, so wie eine Badewanne, dann ist es flüssig. Also es wäre mal interessant, ob man in flüssigem Gallium baden könnte. Ja, war nur so eine Idee. Naja, also jedenfalls diese Focus-Einbebenmaschinen arbeiten mit Gallium vielleicht deswegen, weil es eben flüssig ist, dann ist es relativ einfach, da so eine Jürgenkanone zu bauen. Das ist also nicht hier ein Flüssigkeitsstrahl von Gallium, sondern es sind Gallium-Ionen. Das wird ionisiert, die werden beschleunigt auf hohe kinetische Energien, die sind also mit ein paar tausend Kilometern pro Sekunde unterwegs dann, wenn sie beschleunigt sind. Dann kann man die mit Linsen, elektrostatischen oder magnetischen Linsen fokussieren und dann gibt es hier so Ablenkspulen und Objektivlinsen und kann das klein fokussieren und kann eben hier dann tatsächlich mein Sample direkt abfräsen. Und das haben wir hier in diesem Bild hier, das ist vom Max-Planck-Gesellschaften-Bild. Hier sieht man die Idee, ich kann also Milling, also ab, was heißt Milling, ab, abtragen, also ab, abrasieren, ab irgendwas, abfeilen, abfeilen. Kann ich hier also solche Gräben reinfräsen mit meinem Gallium-Ionen-Strahl. Es wird also wirklich abgespattert, das Material, ähnlich wie beim Sandstrahlen. Und hier haben wir so ein Bild, also das ist ein Amboss, sorry, es ist eben Erkältungszeit jetzt im Januar 2022. Hier haben wir ein Diamant, der wurde bearbeitet mit einer FIP-Maschine. FIP ist die Abkürzung für Focus 1 Beam. Und da wurde also diese Struktur hier reingefressen und weiß jetzt leider gar nicht genau, was das hier ist. Also das ist ein Scanning Electron Microscope Picture, was wir haben. Die Größe ist hier 30 Mikrometer, ist also riesengroß, aber ich fand das Bild einfach phänomenal. Auch wenn es eigentlich gar nicht nanostrukturiert ist, sondern es ist so submikrostrukturiert. Aber das ist eine Anwendung vom Focus 1 Beam, da kann ich sowas hier bauen. Und der Zweck dieses Dings ist, ich kann damit Hochdruckexperimente machen. Hochdruckexperimente, wenn ich also gewaltige Drücke von 100.000 Bar oder sowas erzeugen will, dann mache ich das mit ganz kleinen Ambossen, die ich aufeinander drücke aus Diamant, weil nur Diamant hat diese Strukturstärke durch die sehr starke Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung, also Diamant eben, und dann kann ich die aufeinander drücken. Das kann ich mit einer ganz kleinen Fläche machen und wenn ich eine bestimmte Kraft habe und die Fläche immer kleiner mache, dann wird der Druck immer größer. Brauche ich natürlich ein Material, was es dann nicht zur Seite quetscht. Also mit Aluminium geht das nicht. Also ein sehr hartes Material. Das ist der Diamant und den kann ich eben mit Focus 1 Beam bearbeiten, dass der eine bestimmte Struktur bekommt. Und das ist hier so eine Amboss- und Hammer-Struktur. Wobei ich leider, ja wie gesagt, also ich kann das jetzt nicht genau erklären, man kann es hier aber nachlesen, das hier ist vom DESI, also dieses Großforschungszentrum in Hamburg, die haben so ein Ding gemacht. Und da werden eben Hochdruckexperimente gemacht werden, also Materialien am extrem hohen Druck ausgesetzt. Und jetzt kann man sich fragen, warum wollen die Forscher denn jetzt Materialien unter sehr hohem Druck untersuchen? Ja, zum Beispiel gibt es heute eine Raumtemperatur-Supraleiter, das ist glaube ich bei Normalbedingungen Gas oder eine Flüssigkeit, der eben bei diesen fantastisch hohen Drücken, also ein normales Material ist eigentlich gar kein Leiter, ich kann mal nachgucken, welches Zeug das ist, weil irgendwas ganz Normales, wenn ich das unter einen sehr hohen Druck setze, wird es zum Raumtemperatur-Supraleiter. Ja, also Supraleiter bei Raumtemperatur, das ist das, wovon wir die ganze Zeit träumen, das heißt, wir hätten einen Leiter für elektrischen Strom ohne einen ohmschen Widerstand, da können wir zum Beispiel viel leichter einen Fusionsreaktor bauen. Also das hätte Implikationen in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, allerdings ist dieses Material eben nur Supraleiten bei Normaltemperatur, wenn ich das unter diesen fantastisch hohen Druck setze, und dazu brauche ich eben solche Mikrostrukturen, wo ich solche Drücke überhaupt erstmal erzeugen kann. Ja, also hier steht es auch, ich lese es mal vor, Preparation of a double-stage diamond anvil cell with a focused INB microscope, und das ist hier Universität Bayreuth, die das gemacht haben. Also, nur das Bild ist natürlich ein Scanning-Elektron-Mikroskop. Also wir sind hier, eigentlich, das ist noch nicht Nanotechnologie, aber man könnte auch Nanotechnologie machen, war jetzt hier gar nicht das Ziel, man wollte so ein Mikrometer-großes Ding bauen für die Hochdruckexperimente, aber das sind Technologien wie das Scanning-Elektron-Mikroskop selber für die Bildgebung hier, die gehören in den Bereich der Nanotechnologie. Ja, und bei Focused 1-Beam-Deposition kann ich natürlich noch ganz was anderes machen, also nicht natürlich, sondern ich kann damit noch was anderes machen, und zwar kann ich hier so ein Weinglas herstellen, zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, dass die Forscher da mal was Lustiges, ja, wieder was Lustiges. Also wenn die Forscher sagen, lustig, dann ist es manchmal wirklich lustig, oder nur für die Forscher, aber es ist ein Ausdruck der Ekstase. Man ist begeistert, und hier ist also gelungen, ein Weinglas mit einem Durchmesser von 2,7 Mikrometern zu fabrizieren, und das haben die jetzt nicht rausgefräst. Also jetzt, da der Strahl ja immer von oben kommt, ähnlich wie die Fotolithografie, da kann ich jetzt nicht so ein Weinglas machen, denn wie soll ich denn hier diesen Hals machen von oben? Geht ja nicht, ne? Also das ist wieder ein Scanning-Elektron-Mikroskop-Picture, aber der Ion-Strahl kam von oben. Nein, ich kann damit deponieren. Wenn ich das in einer Gasatmosphäre mache, aus einem Gas, was eben sich unter bestimmten Bedingungen zersetzt, in irgendwas, was dann verdampft, also ein leichtflüchtiges Komponente, wie, was weiß ich, ein Kohlendioxid, und zurückbleibt zum Beispiel Molybden oder sowas, also ein Metall, dann kann ich durch den Elektronenstrahl, dieses Gas, das füllt den ganzen Raum aus, kann ich durch den Elektronenstrahl im Fokus, oder an dieser Oberfläche hier, zersetzen, und dann scheidet sich da, wo der Elektronen, der Fokus-Einbeam langfliegt, scheidet sich eben dieses Metall ab, oder Material. Und damit mache ich das Gegenteil. Ich trage also nicht Material ab, sondern ich deponiere Material, und damit kann ich sowas bauen. Also ich kann damit das Glas hochziehen, sozusagen. Das ist schon eine ganz trickreiche Technik, basiert auf der gleichen Maschine, Fokus-Einbeam, ich lasse bloß in das Vakuum irgendein spezielles Gas ein, und kann dann solche Gegenstände erzeugen, bauen, von oben. Das heißt, ich baue das langsam von oben auf, deswegen ist das, na gut, das Rotationssymmetrisch muss es aber nicht sein. Surface Nano Fabrication Using Fokus-Einbeam, und das ist hier, hier steht wieder das Jahr nicht dabei, von wann das ist, schon ein bisschen älter hier, das ist hier in dieser Zeitung erschienen. Und hier gibt es ein bisschen mehr Informationen auf dieser englischen Wikipedia-Seite, Fokus-Einbeams. Creation of a nanoscale 3D structure with Fokus-Einbeam Deposition. Also eine ganz andere Methode, also das Gegenteil von Milling, Deposition, Fokus-Einbeam, Milling, das ist das Abtragen, Fokus-Einbeam, Deposition, das Gegenteil. Dann kann ich auch solche lustigen Sachen, ja, ich sage wieder lustig, lustigen Sachen machen, wie diese Spirale, die aus der Unterlage rauswächst, das wurde eben durch Deposition gemacht, oder auch hier diesen Bello, so eine Art flexiblen Metallbalk, mit einem Durchmesser von 2-3 Mikrometern, da kann ich also mikromechanische, ist nicht Nano, ist mikromechanische Objekte, kann ich mit Fokus-Einbeam-Technologie erzeugen. Hier, Nanostractors Fabricated File, Fokus-Einbeam Deposition, SEM, Scanning Electron Microscope, Image of Micro Coil with 600 Nanometer Coil Diameter, 700 Nanometer Coil Pitch and 18 Nanometer, also der Draht ist 80 Nanometer im Durchmesser, das ist schon verflixt gut für ein dreidimensional, das ist ja dreidimensionale Erzeugungstechnik hier, für so eine Technologie. Micro Bello with 100 Nanometer Thickness, also ganz dünn, und das Ding ist elastisch, deswegen hat das diese, diese Japello-Metallbalkstruktur hier, und das sind die Hersteller hier, aus dem Institute of Technology, Himeji Institute of Technology of Japan, da habe ich diese Bilder als Beispielbilder gefunden, das ist also Fokus-Einbeam-Technologie, im Gegensatz zu Fotolithografie, im Gegensatz zu Elektronenstahl-Lithografie, kein Fotolack, den ich belichte, sondern ich kann Material direkt bearbeiten, entweder abtragen, also wie mit einer Pfeile abfräsen, das wäre dann Milling, oder Fokus-Einbeam-Deposition, wie ich sie hier dargestellt habe. Und da wäre ich dann am Ende meines Kapitels Werkzeuge der Nanowissenschaften. Ich habe nicht alle diese im Detail durchgesprochen, oder ich habe sie auch gar nicht durchgesprochen, wie zum Beispiel einige Technologien der Elektronenstrahl, Spektroskopie, also die Untersuchung von Nanostrukturen, wie EELS oder LEEDS, ich sage nur die Abkürzung, kann man alles nachgucken, oder Absorption Spektroskopie, wie XANOS oder EXAFS oder X-Ray Diffraction, für Proteinaufklärung ist das sehr wichtig, also Proteinstrukturen, habe ich nicht erwähnt, weil über all diese speziellen Techniken der Spektroskopie kann man wieder eine ganze Vorlesung machen. Die Tools, da habe ich diese hier durchgesprochen, da gibt es aber natürlich noch mehr Werkzeuge, wo ich wirklich was bearbeiten kann. Ich habe diese drei rausgegriffen als Beispiele, und dann die Lichtquellen, ganz wichtig ist elektromagnetische Strahlung. Wir haben hier Heliumlampe, die brauche ich für die Fotoelektronen, Spektroskopie, eine Standardtechnologie mit einer Heliumlamp, dann X-Ray, also Röntgenquellen, dann Laser natürlich, Laser haben ganz viele verschiedene Anwendungen, gibt jede Menge verschiedene Laser, auch wichtig, nicht nur Nano, ganz klein, sondern auch ganz kurze Zeiten, Femtosekundenlaser oder Atrosekundenpulse, die sind noch kürzer, da kann ich eine einzelne Lichtschwingung realisieren. Das heißt, das ist mehr keine Lichtwelle mehr, sondern nur noch ein Soliton eigentlich, einmal rauf und wieder runter und noch ein paar Nachschwinger. Das wäre ein extrem kurzer Lichtpuls, nur noch eine einzige Schwingung, Atrosekunden. Damit kann ich sehr schnelle Prozesse auf der Nanoebene untersuchen. Synchrotrons habe ich erwähnt, ich habe es ein bisschen beschrieben, und Free-Elektron-Lasers habe ich auch beschrieben, und das haben wir auch, glaube ich, in der Übungsgruppe näher besprochen. Und die Mikroskopie ist klar, ich will reingucken in die Nano-Welt, da gibt es eben die optischen Mikroskope, die Elektronen-Mikroskope und dann diese Raster-Sonnen-Mikroskope. Die letzten beiden hier, die Elektronen-Mikroskope und die Raster-Sonnen-Mikroskope, da kann ich mir auch einzelne Atome anschauen. Also das waren meine Werkzeuge, die, die ich besprechen konnte, als ein Aspekt in dieser Nano-Vorlesung. Wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel, endlich Nanopartikel. Aber da habe ich ja schon eine Menge von erzählt. C60 und zum Beispiel auch die Nanotubes, das habe ich schon alles durchgesprochen, als es um diese Naturgesetze ging, weil die Nanopartikel eben besondere Eigenschaften aufgrund der Naturgesetze haben. Und wichtig sind Sachen, sind eben diese vielen verschiedenen Erscheinungsformen im Nanobereich des Kohlenstoffs, allen voran dieses C60, der Fußball, Nanofußball und dann die beiden Schalenmodelle. Das geometrische Schalenmodell, das bei 13 eben einen Schalenabschluss vorhersagt oder beschreibt, 13 Atome aus Zenon oder auch aus Gold, kann ich eben zu einer kleinen Kugel zusammentun, indem eben genau 12 Tischtennisbälle um einen zentralen Tischtennisball herumpassen. Ein geometrischer Effekt. Und die nächste Schale um diesen 13er Kern herum, das gibt dann Schalenabschluss bei 55 und so weiter, das geht dann weiter. Das geometrische Schalenmodell. Und dann gibt es bei den Nanopartikeln noch, bei den metallischen, das elektronische Schalenmodell. Wenn ich also perfekte Metalle habe, wie Aluminium zum Beispiel oder auch Natrium, jedes Natriumatom bringt ein einzelnes Leuchtelektron mit, was delokalisiert ist. Und diese Elektronen, die haben eben auch gerne Schalen. Das sind die gleichen Schalen von der Physik her, wie beim Periodensystem der Elemente. Da habe ich ja diese Perioden, das sind erst mal die Hauptquantenzahlen und dann die Drehimpulseigenzustände, weil Atome eben rund sind. Und wenn ich einen runden Cluster habe und delokalisierte Elektronen in dieser kleinen Metallkammer drin, dann nehmen die auch diese quantenmechanischen Eigenzustände, so nennt man das, des Drehimpulses ein. Das heißt, ich habe da auch solche Zustände wie im Atom mit 1s und da gibt es eben auch 1p, 1d, die Hauptquantenzahl ist ein bisschen anders definiert, in diesen flachen Potenzialen, im Gegensatz zum Coulomb-Potenzial. Aber ich habe jedenfalls im Prinzip die gleiche Physik mit solchen Schalen. Und wenn ich einen Schalenabschluss habe, zum Beispiel bei 8, da habe ich eine magische Zahl von 8 Elektronen. Und 8 Elektronen sind besonders stabil. Im Periodensystem der Elemente sind das die Edelgase mit so einer abgeschlossenen Schale mit 8 Elektronen. Und beim Cluster ist es eben Natrium-8-neutral oder Natrium-7-minus mit einem Elektron mehr, weil es eine Anion ist, die eben besonders stabil sind. Das sind die beiden Schalenmodelle, das geometrische und das elektronische Schalenmodell und im kovalenten Bereich dann die besonderen Strukturen der Kohlenstoff-Cluster. Das habe ich bei den Nanopartikeln schon durchgesprochen. Und was jetzt noch fehlt in diesem Kapitel Nanopartikel, das sind die größeren Nanopartikel, die man eigentlich für gemeinhin als Nanopartikel bezeichnet. Das sind aber eigentlich große Nanopartikel. Ja, das sind zum Beispiel, und da will ich jetzt erstmal darauf eingehen, es sind Aerosole und Feinstaub. Also wir gehen jetzt in den Bereich sehr viel größer als die Cluster, die ich da vorher behandelt habe, wo jetzt elektronische und geometrische Schaleneffekte keine Rolle mehr spielen, weil die so groß sind. Sie sind aber immer noch klein, aus der Sicht unserer normalen Umwelt. Und deswegen unter 100 Nanometern eben Nanopartikel und sonst eben Feinstaub. Also Aerosol, Definition, also kann man nachgucken, gibt ganz viele Definitionen, Schwebstoffe in einem Gas, zum Beispiel Sulfat-Aerosole. Und Sulfat-Aerosole haben eine Klimawirkung. Und diese Klimawirkung beschreibe ich dann am Ende von diesem Unterkapitel hier, aber ich habe sie jetzt erstmal erwähnt. Dann Feinstaub, flüssige und feste Schwebstoffe in Trägergasluft, zum Beispiel Dieselabgase. Darüber haben wir ja sehr viel diskutiert. Übrigens auch diese Stickoxide, das sind aber keine Nanopartikel, das sind Gase aus dem Dieselabgasen. Also Diesel, da gab es ja den Dieselskandal, deswegen habe ich das mal als Beispiel genommen. Das ist eigentlich so eine Art Ruß. Die Nanopartikel oder der Feinstaub im Dieselabgas. In einem Atemzug Umgebungsluft, also wenn ich hier zum Beispiel in meinem kleinen Videostudio hier tief einatme, dann nehme ich irgendwo zwischen einer Million und 100 Millionen Feinstaubpartikel zu mir. Eine Million habe ich hier, das ist sehr wenig, also Atemzug ist so ein, zwei Liter oder ich weiß gar nicht, wie viele Liter passen denn in so eine Lunge rein. Das wissen jetzt wieder diese Sportler, die messen sowas immer. Also es sind jedenfalls nicht 100 Liter und es sind auch nicht bloß 10 Kubikzentimeter. Ich denke, es sind so ein, zwei, drei oder ein Liter sowas. Also wenn ich so Luft hole. Und zack, habe ich einen Haufen Nanopartikel und größere Mikropartikel, also Feinstaub in der Lunge. Jede Menge. Und zwar bei mir hier in meinem Fotostudio, ich lebe auf dem Land im Thurgau, also das ist jetzt nicht Frankfurt oder Ruhrgebiet oder sowas, also nicht ganz so schmutzige Luft, aber es ist auch nicht oben auf dem Berg wie der Centis bei uns oder auf der Zugspitze in Deutschland, da hat man sehr saubere Luft, sondern es ist irgendwo dazwischen, also vielleicht 10 Millionen Partikel pro Atemzug, pro einem Atemzug. Da kann man fragen, wieso verstaubt denn meine Lunge? Ihr müsst ja eine Staublunge kriegen. Ja, das liegt daran, dass die Lunge sich über zig Millionen Jahre entwickelt hat oder noch länger, seitdem es überhaupt Lungen gibt und übrigens auch Chiemen. Die haben so Reinigungsmechanismen. Sonst würden wir, das habe ich auch mal gelesen, nach drei Monaten an Staublunge, also nichts mehr mit Atmen, verstaubt, sterben. Also wir haben natürlich extrem effiziente Reinigungsmechanismen in der Lunge. Ja, also sagen wir 10 Millionen, wenn ich hier tief Luft hole in meinem Thurgauer Fotostudio im Keller. Extrem saubere Luft, wie oben auf dem Berg, eine Million pro Atemzug und ansonsten wird es angegeben pro Kubikzentimeter. Also in der Stadt 100.000 Partikel pro Kubikzentimeter, viel weniger als ein Atemzug. Auf dem Land ist es dann 10 mal weniger. Also gut, es ist 10 mal weniger, ist aber immer noch ein Haufen. Und in 3.000 Meter Höhe 100 mal weniger. Also am besten wäre es im Flugzeug, da hat man wirklich, wenn die Außenluft verdichtet wird, dass der atmen kann, da hat man wirklich sehr saubere Luft, die allerdings auch sehr trocken ist. Deswegen gibt es im Flugzeug immer was zu trinken. Gut, also in der Höhe hat man sehr saubere Luft. Bei weitem die meisten Partikel sind natürlich ein Ursprungs. Das werden wir gleich sehen. Zum Beispiel Sahara-Staub. 10 Mikrometer Partikel sinken rasch zu Boden. Also wir kennen das ja von Steinen. Wenn ich die loslasse, fallen sie einfach runter. Wenn ich jetzt einen sehr feinen Sandkorn nehme vom Strand, also das ist ja auch ein Stein, aber ein sehr kleiner Stein, also Quarzsand zum Beispiel, und das ist so ein Millimeter groß und ich lasse es fallen, fällt es auch runter. Ist also kein Aerosol, ist kein Schwebstoff. Wenn ich dasselbe Material nehme, also Quarz zum Beispiel, und mache es nur 10 Mikrometer groß, dann gondelt es ziemlich lang, es dauert eine Stunde oder noch länger, zu Boden. Die Lebensdauer als Schwebstoff hängt von der Größe der Aerosolpartikel ab und man spricht überhaupt nur von Aerosolen, wenn sie kleiner sind als, ups, 10, das sind nicht Millimeter, nee, nee, sorry, sorry, es sind Mikrometer, also das bitte korrigieren, das mache ich jetzt nicht, weil man muss im Movie unterbrechen, das ist mal so ein Theater. Also das sind Mikrometer hier, 10 Mikrometer, auch nicht Nanometer, 10 Nanometer wäre super klein, dann bleibt es ewig als Schwebstoff, sondern 10 Mikrometer, eine M muss µ sein und das ist dann PM10. PM ist englisch und heißt Particular Meter und der Index hier ist der Durchmesser in Mikrometern, in Mikrometern, das heißt, das sind 10 Mikrometer und PM01, das ist Ultrafeinstaub oder Nanopartikel, PM01, 0,1 Mikrometer sind 100 Nanometer. Ich hoffe, das ist klar. Also hier das erste M, das ist ein µ, das heißt, ich müsste jetzt hier in meinem Programm da in Characterset gehen und da statt beim normalen Ariel oder was ich da habe, muss ich dann Symbol nehmen. Das machen wir jetzt im Geist und denken uns da, das erste M ist am µ und dann ist es richtig. Also, Feinstaub ist alles, was eine Weile schwebt in der Luft und das ist eben kleiner als 10 Mikrometer, sonst fällt es runter. Gut, und dann gibt es solche Partikelfilter und da finde ich dann also im Netz dann einfach freizugängliche Publikationen, hier ist eine und das ist fluoreszente biologische Aerosolpartikel, also das sind nur die Fluoreszenten, also so, Fluoreszent heißt, UV-Licht leuchten, sie dann irgendwie oder so. Measured at a tropical high altitude site, also auf tropischer Breite, in Indien ist das, in der Monsoonzeit, im Südwesten und in großer Höhe und die wollten auch gucken, was ist denn da in der Luft drin. Es sind aber nur die Fluoreszenten, Aerosolpartikel, da gibt es auch noch nicht Fluoreszente, aber trotzdem ist das hier eine schöne Zusammenstellung, das sind Scanning Electron Microscope Pictures, da sieht man, dass das SEM, das Scanning Electron Mikroskop, was also mit Strahlelektronen über die Probe streicht und die Sekundärelektronen, die Intensität wird gemessen und da kriegt man ein Bild, da kriegt man sehr schöne gestoffen, scharfe Bilder, aber eben nicht mit einer Auflösung von unter 10 Nanometern. Das sind ja also immer Mikrometer-Bars hier, das sind also eher Mikrometer-Strukturen und das sind die typischen Aerosole, also größere Schwebesteilchen, die zu dieser PM10 gehören und das sind eben Sporen. Hier ist die Bezeichnung, zumindest die Zuordnung hier von diesen Buchstaben I, F, E und das geht bei A los und das sind größten Zahl Sporen, also das liegt glaube ich daran, dass es Fluoreszent ist, weil organische Materialien fluoreszieren, anorganische fluoreszieren eigentlich nicht so, also habe ich das jetzt hier jedenfalls verstanden und das ist ein Paper von 2016, ist also ein bisschen neueren Datums und das ist High Altitude. Trotzdem habe ich hier einen Haufen solche Nanopartikel, die letzten beiden Bilder sind Sea Salt, also Meersalz und diese Dinger mit diesen merkwürdigen Auswüchsen, das sind Lebewesen, also Sporen in diesem Fall, also ja, die bewegen sich jetzt nicht, aber das sind eigentlich lebendige Dinger und das sind auch Sporen von irgendwelchen anderen Viechern. B und C sind Basidiospores, kann man jetzt nachgucken, was das ist und hier haben wir jetzt Sporen, das sind auch Sporen, hier ist der Balken, sehr viel gröber, ist also ein größerer Bereich, hier sehe ich also mehrere solche Kullern und ein bisschen Meersalzweiß dazwischen. Also das ist alles in der Luft drin, das ist einfach mal eine Sammlung über Indien zu Zeiten des Monsoons. Ja, das wären so typische Aerosolpartikel, von denen ich mit jedem Abenzug 10 Millionen zu mir nehme. Allerdings nur eine bestimmte Auswahl, fluoreszierende und in Indien und so weiter mit ein bisschen mehr Tendenz zu biologischen Komponenten. Ich will damit aber sagen, dass Feinstaub und Aerosole gar nichtswegs ein Produkt der Industriegesellschaften nur sind, sondern der größte Teil vom Feinstaub, den wir so, also seit drei Millionen Jahren, seitdem es eben diese Menschenlinie gibt, seitdem wir uns da von diesen Menschenaffen abgespalten haben. Der größte Teil der Aerosole ist natürlichen Ursprungs. Ja, also nicht unbedingt. In der Stadt ist es ein bisschen anders, aber sonst auf dem Lande, auch in Süddeutschland, beispielsweise im Wald oder so, jede Menge Aerosole, die wir gar nicht wahrnehmen, aber nicht unbedingt menschlichen Ursprungs. Ja, und so eine Hauptquelle ist der Saharastaub. Und da gibt es hier Wikipedia Saharastaub, hier ist der Autor angegeben, so eine Satellitenaufnahme, da ist ja gerade, das ist nicht jeden Tag so, da war so ein Sandsturm. Und wir haben typischerweise eine Westwind, ne, eine Ostwindlage ist das jetzt hier mal, ein Ostwind, das ist der Passatwind, der pustet das raus, aber das war besonders stürmisch hier. Sieht man also, eine riesige Staubwolke von Sand, die über die Azoren sogar reicht. Ja, und dann gibt es ja, auch in Deutschland, mal bei bestimmten Wetterlagen, dann auf den Autos eine gelbe Schicht von Sand, das ist Saharasand. Und das ist der sichtbare Anteil, das sind relativ große Schwebeteilchen, größer sogar als 10 Mikrometer, paar Stunden sind die dann trotzdem in der Atmosphäre unterwegs, aber nach einem Zag ist das natürlich wieder abgeregnet, also nicht abgeregnet, sondern zu Boden gesunken. Deswegen sehen wir das dann eben auf unseren ganzen Oberflächen, wie Autos oder auch Glasscheiben. Da liegt dieser gelbe Sand drauf, also hier eine enorme Feinstaubbelastung für die Menschen, die dort leben. Und hier sehen wir, dass dieser Feinstaub nicht so gefährlich ist, sonst könnte man da ja gar nicht leben, weil natürlich auch ohne diesen gigantischen Sturm, der da tobte, auch ohne diesen Sturm hat man natürlich als Wüstenbewohner permanent den Mineralstaub, den man ausgesetzt ist. Und solange die Konzentrationen dieses Staubs nicht zu hoch werden, solange wird die Lunge damit fertig. Es reduziert also nicht das Leben in der Wüste die Lebenserwartung durch den Feinstaub. Das ist eher ein Problem, dass ich genug zu trinken kriege. Sondern wir sind an sowas gewöhnt. Übrigens auch diese Rußablagerung, da stelle ich mir vor, dass die Menschen, seitdem sie das Feuer haben, seit rund einer Million Jahre, ich glaube die älteste Feuerstelle, die man gefunden hat, ist so größt in Ordnung eine Million Jahre alt. Und dann saßen die ja immer in den Höhlen, die sind halt schlecht gelüftet und hatten dann auch noch ein Lagerfeuer. Und das heißt, wir sind es seit einer Million Jahre gewöhnt, dass wir Abgase von Holz, also das ist ja auch Feinstaub, und Ruß, dass wir das einatmen. Und deswegen kann unsere Lunge damit sehr gut umgehen. Wir haben da wirklich effiziente Reinigungsmechanismen. Natürlich nicht gegenüber krebserregenden Stoffen oder auch bei speziellen anderen Verunreinigungen wie Asbestfasern, da sind wir wehrlos. Aber die meisten normalen Aerosole sind für uns mehr oder weniger ungefährlich, solange die Konzentration nicht permanent zu hoch ist. Also hier, extremer Feinstaub. Und das sind diese drei Sorten, die man so grob unterscheiden kann. Hier haben wir den Durchmesser der Partikel, das wäre also PM10, hier geht es los, 10 Mikrometer, das ist die Angabe hier in Nanometern, 1000 Nanometer ist ein Mikrometer, 0,1 Mikrometer und dann 10 Nanometer. Und das da ist der Massenanteil. Die Anzahl der Nanopartikel, das sind bei dieser hier, bei 10 Nanometer, die Anzahl des Feinstaubs oder Aerosolpartikel, die Anzahl der Aerosolpartikel ist bei den Nanopartikeln, bei den ganz kleinen am größten. Weil bei der gleichen Masse sind natürlich die ganz kleinen Partikel mit einem kleinen Durchmesser, das geht ja mit der dritten Potenzial, des Volumens, ist das Volumen, also der Massenanteil ist ganz klein, aber es sind unglaublich viele Partikel hier. Das sind also bei weitem die meisten, steht hier auch. Anzahl, ihre Anzahl, also diese Ultrafeinstäube, die Anzahl der Partikel ist ganz, ganz hoch, aber der Massenanteil ist niedrig. Der Massenanteil ist bei den PM10-Viechern am größten, das ist also das meiste an Material. Aber es sind große Partikel und mit großen Partikeln wird übrigens auch unsere Lunge viel besser fertig. Und dann gibt es im Zwischenbereich, diese agglomerierten Nanopartikel, weil die Nanopartikel, die sind so klein, dass sie eine sehr aktive Oberfläche haben und die pappen sofort zusammen, also sofort innerhalb von einer Stunde oder sowas, wenn die so rumschweben und sie kollidieren, dann bleiben sie aneinander hängen, weil sehr kleine Nanopartikel haben diese denklichen Bonds an der Oberfläche und die sind besonders reaktiv. Und die sind besonders reaktiv und die pappen, wenn sie sich treffen, zusammen, sodass sie immer solche Aggregate, agglomerierte Nanopartikel dann entwickeln. Und da haben wir da in der Mitte diesen Bereich. Das sind also grob, diese drei Sorten, ja, Aerosole sind das eigentlich, also das sind Aerosole, das sind Nanopartikel, als Schwebstoffe und dann eben die agglomerierten Nanopartikel. Ja, grob also drei solche Gruppen. Das Bild stammt hier aus meinem Buch übrigens, falls jemand die Bildquelle sucht. Ja, und das kann man auch mit dem Satelliten messen, diese Aerosole. Und ich hatte schon gesagt, dass die Sahara hier im Bereich der Passatwinde, dass da sehr viel Staub ist. Das ist also hier diese rote Markierung. Man kann das hier auch lesen, das ist so ein NASA-Ding. Earth Observatory, NASA.Government. Und das ist ein Mittelwert über einen langen Zeitraum. Das ist from June 2000 through May 2010. Also über zehn Jahre und auch über die Jahreszeiten gemittelt. Es sieht nicht immer so aus. Ja, es gibt also auch Zeiten, da ist ein Riesenwind, dann hat man hier ganz viel Aerosole, dann hat man mal Zeiten zu bestimmten Jahreszeiten, da ist es dann in Nordindien sehr staubig. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist das denn hier? Das ist ja nicht mehr die Sahara. Hier ist eigentlich tropischer Regenwald, das ist aber trotzdem sehr rot. Und da habe ich gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass die Ursache dieser hohen Aerosolkonzentration eben diese Brandrodung ist. Da wohnen ja viele Menschen da in Afrika, in diesem Bereich, nicht in der Sahara, sondern südlich davon. Und die machen diese Brandrodung. Und da gibt es dann eben auch eine sehr hohe Feinstaubbelastung. Hier wird nicht unterschieden, um welchen Feinstaub es sich handelt oder welche Aerosole. Dann haben wir hier Saudi-Arabien, das ist eine Wüste. Und hier Nordindien, super dicht besiedelt, das ist der Smog. Also das ist menschengemachte Umweltverschmutzung hier, die Aerosole oder von mir aus auch Feinstaub genannt. Das ist, soweit ich das gelernt habe, nicht so sauber unterschieden. Also Feinstaub und Aerosole, beides meint Schwebstoff im bestimmten Größenbereich, spezifiziert, aber nicht den Ursprung. So genau. Und natürlich in Indien, da kennen wir die Bilder von Peking oder auch Shanghai, wo man keine 100 Meter weit gucken kann, weil so ein Smog da ist. Das wären also dann Rußabgase, die in der Luft sind. Aber wir sehen, dass in anderen Bereichen der Welt die Luft doch sehr, sehr viel sauberer ist. Also die Hauptkonzentrationen finden wir in China, in Indien, dann in Saudi-Arabien, aber das ist Wüste. Dann in Nordafrika, das ist auch Wüste. Und in den Ländern südlich der Sahara, das sind wieder die Menschen, die da offensichtlich oder wahrscheinlich für diese hohe Aerosolkonzentration verantwortlich sind. Ja und dann, nachdem ich nun gezeigt habe, dass in bestimmten Regionen der Welt der Mensch einer solchen hohen Aerosolkonzentration oder Feinstaubkonzentration ausgesetzt ist, ganz egal, ob es jetzt eigentlich natürlichen Ursprungs ist oder menschengemachte Umweltverschmutzung ist, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass es da Reinigungsmechanismen gibt. Also selbst, wenn wir jetzt überhaupt keine Wüste hätten und wir hätten auch keine Industrieabgase oder sowas, hätten wir trotzdem im Haufen Feinstaub in der Luft oder Aerosole, auch zum Beispiel diese Sporen und Pollen, auch die atmen wir ein und auch die müssen irgendwie rausgebaggert werden aus der Lunge. Und da gibt es eben Reinigungsmechanismen. Und erstmal kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Partikel in die Lunge reinkommt, hängt sehr stark oder wie weit es reinkommt, hängt sehr stark von der Größe der Partikel ab. Also die großen Partikel hier 5 bis 10 Mikronometer, die bleiben in Nase und Rachen hängen. Und das ist eben genau jetzt in der Pandemie dieser Ansteckungsweg. Hauptansteckung, soweit ich das verstanden habe, ich muss das immer einschränken, weil man im Internet immer auch andere Analysen findet, da kommt auch was ganz anderes raus. Aber ich denke, die Hauptansteckung, deswegen auch diese Mundmasken, das sind Aerosole. Also und zwar Tröpfchen, die wir auch beim Sprechen von uns geben oder wenn wir einfach nur ausatmen, das merken wir gar nicht, aber wir geben sehr viele Flüssigkeitspartikel von uns und die haben eine Größe im Mikrometer-Bereich und wenn hier jemand anders dann Viren belastet einatmet, bleiben die im Wesentlichen im Nasen- und Rachenbereich hängen und wenn wir Glück haben, dringen dann die Viren nicht in die Lunge ein und dann kriegen wir eben noch ein Husten oder sowas. Das ist nicht so schlimm. Dann geht es weiter, 3 bis 5 Mikrometer, die kommen immerhin schon mal in die Luftröhre und dann noch tiefer in die Bäunchen. Das sind dann aber nur noch sehr kleine Partikel im Bereich um 1 bis 3 Mikrometer und in die Lungenbläschen selber und das ist dann kritisch, weil die Lungenbläschen, die haben keine schützende Hülle mehr. Die ganzen Bereiche, der Bräunchen, der Luftröhre und so weiter, die sind ausgekleidet mit so einer Schleimschicht und darunter sitzen so Zilien, das sind so Wedeldinger wie beim Pantoffeltierchen, sogar die gleiche Bauart, Zilien, die sorgen dafür, dass der Schleim, wenn er dann da so eine Weile ist, dass der raustransportiert wird. Das ist also ein Förderband für Schleim und das geht in die Speiseröhre. Da wird also das alles rausgebaggert. Das heißt, der ganze Bereich hier, der Bräunchen, der Luftröhre, der ist eigentlich mit dem Reinigungsüberzug, so einer antibakteriellen Schicht überzogen oder auch Antistaubschicht und das ist eine Schleimschicht, die unten drunter von Zilien ständig in Richtung Speiseröhre transportiert wird. Also ein Förderband, das ist ausgekleidet. Und alles, was da hängen bleibt, tut uns nichts. Außer die Viren oder Bakterien sind in der Lage, die Schleimschicht schnell genug zu durchdringen und die darunter liegenden Zellen zu infizieren. Und dann haben wir eben eine Pandemie. Gut, Lungenbläschen, eine ganz schlechte Idee, weil das hat diese Schleimschicht nicht, natürlich nicht, weil es geht ja darum, dass die Luft, die ich da einatme, dann den Sauerstoff abgibt an das Blut und die Blutgefäße sind von dem Lungenbläschen selber nur durch eine sehr dünne Wand getrennt. Und das ist ja auch nötig, weil ich das CO2 ausatmen muss, das kommt ja mit dem Blut an und auch der Sauerstoff in das Blut rein muss, muss also dann da ein Austausch passieren. Deswegen eine sehr dünne Wandung der Lungenbläschen, da ist nichts mit Schleimschicht und auch nichts mit Zilien. Aber da gibt es hier andere Reinigungsmechanismen für die Teilchen, das sind dann nur sehr kleine, die so weit kommen, die dann da beseitigt werden. Die eine Reaktive von Feinstaub in die Lunge ist abhängig von der Größe der Teilchen. Nur die Teilchen mit Durchmessern von weniger als einem Mikrometer, also Nanopartikel, unter 100 Nanometer dann, gelangen in die circa 0,2 Millimeter durchmessenden Lungenbläschen. Und die Auskleidung der Bronchien, das gehört man sehr schön hier in diesem Bild, das ist wieder so ein Elektronenmikroskopbild, das heißt, das was man da sieht ist tot und schwarz-weiß ist es sowieso. Das ist hier Scanning Electron Microscope, also ein Standard SEM, habe ich jetzt ganz viele Bilder gezeigt, auch von dem Weinglas, das war auch ein SEM-Bild, auf Lung Traschea Epithelium, also die Auskleidung der Bronchien und da sehen wir diese Wedeldinger. Die Schleimschicht ist nicht da, die ist wahrscheinlich verdampft, die ist ja irgendwie im Wasser getragen, verträgt eben gar nicht dieses Elektronenmikroskop, aber wir sehen sehr schön diese Wedeldinger, die Zilien, die das Pantoffeltierchen, was ich auch schon mal gezeigt habe als Anwendung für das Elektronenmikroskop, die das Pantoffeltierchen auf der Außenhaut auch hat. Und das sind die gleichen Mikrotubuli, die gleiche Struktur von Mikrotubuli bei uns in der Lunge und übrigens auch in anderen Teilen des Körpers, wo es um so einen Transport geht, wie bei dem Pantoffeltierchen. Ja, und da ist also der Reinigungsmechanismus. Und da werden wir mit den meisten Teilen gut klarkommen. Nur, diese Schleimschicht, die braucht eben Feuchtigkeitschleim, der darf nicht zähflüssig werden. Das heißt, wenn die Luft zu trocken ist, und das ist bei uns im Winter der Fall, wenn wir heizen, dann geht die Luftfeuchtigkeit unter 40% runter und wenn wir atmen, dann wird die Schleimschicht zu trocken, wird nicht mehr ordentlich abtransportiert und dann geht die Gefahr einer Grippeinfektion drastisch nach oben. Das ist ein Grund dafür, ich glaube sogar der Hauptgrund, aber da gibt es auch wieder unterschiedliche Papers drüber. Die niedrige, absolute Feuchtigkeit, nicht die relative, die relative ist auch wichtig, aber die absolute Luftfeuchtigkeit, die ist eben sehr niedrig in geheizten Räumen im Winter, in Nord- und Mitteleuropa und dadurch entsteht da in der kalten Jahreszeit diese hohe Infektionsgefahr für Atemwegserkrankungen und das ist eben auch Covid-19. Dann funktionieren eben die Sizilien nicht mehr so gut, weil der Schleim zu zähflüssig wird. Also Luftbefeuchter, das ist eine gute Idee. Okay, also das ist der Reinigungsmechanismus, sonst würden wir sehr rasch hier an Staublunge erkranken und ich weiß nicht, hatte ich das hier mit der Staublunge? Nee, doch, hier hatte ich es. Also bei Überlastung mit Staub, also selbst wenn die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist, die Reinigungssysteme prima gehen, kriegt man irgendwann eine Überlastung dieser Reinigungsmechanismen. Die kollabieren einfach, wenn zu viel Staub da ist, dann ist die Schleimschicht, das ist gar keine Schleimschicht mehr, sondern eine Staubschicht und dann hat man eine permanente Reizung und dann kommt es zum Beispiel zu Lungenkrebs, aber auch zu ernsthaften Entzündungen der Lunge, die dann schließlich zum Tod führen können. Und da gibt es dann Berufskrankheiten von Menschen, die permanent zu viel Staub ausgesetzt waren, allen voran natürlich die Leute in den Kohlebergwerken. Kohle staubt ja wie verrückt und dann ist die Lunge schwarz oder natürlich auch bei Rauchern. Und das ist eben bei Kohlenstaub die Anthrakose von Anthrazit, so heißt diese Lungenkrankheit, potenziell tödlich, Asbestose, sowieso tödlich, das ist über Asbest hier und Silikose bei Quarzstaub, wenn man im Steinbruch arbeitet, wo es immer staubt. Also immer dann, wenn diese Reinigungssysteme permanent über eine längere Zeit überlastet werden, eben auch bei Rauchern, kommt es dann entweder zu so einer Entzündungserscheinung, Zersetzungserscheinung, nein, die Lunge funktioniert nicht mehr, oder eben Krebs. Und das ist zum Beispiel bei Asbest der Fall. Und das sehen wir hier in diesem Bild, hier, Asbest hat diese scharfen Nadeln, das ist so ein Nadelmineral, das baut Nadeln. Und die sind sehr stark, die sind nicht flexibel. Es sind nicht alle Nadeln, sind für uns so schlimm. Nur diese langen Nadeln, die noch dazu im Submikrometer-Bereich sind, und das hier ist so eine Asbestnadel, die sehen wir hier ganz dünn, wenn die in die Lungenbläschen kommen, dann kann der Reinigungsmechanismus in den Lungenbläschen nicht mehr damit fertig werden. Ja, und sie kommen eben, wenn sie klein genug sind, in die Lungenbläschen rein. Und da gibt es in den Lungenbläschen nur einen Reinigungsmechanismus noch, also nicht mehr die Flimmerhärchen, und das sind diese Fresszellen, ich glaube Makrophagen oder so heißen die, Reinigungszellen der Lungenbläschen versuchen einen ca. 50 Mikrometer, also der ist schon ein Riesenviech, Mikrometer lange Asbestfaser zu fressen. Die Zellen gehen dabei zugrunde, und die Faser wird von Eiweißmolekülen dunkler Verdickung umhüllt. Also der Körper hat dann andere Abwehrmechanismen, die sind aber mehr so ein Verzweiflungsding. Und das führt dann, wenn die Asbestfaser noch weiter, dann zum Beispiel in das Zwerchfell oder so in diese Zone, wo man wirklich atmet, also wo sich was bewegt, wandert, dann gibt es eine permanente Entzündung. Und das ist dann ein Herd, der letztlich zu Krebs führt. Also eine permanente Zellschädigung führt zu Krebs, dann nach 10 Jahren oder so was. Oberhalb der Faser ist eine intakte Zelle zu erkennen, das ist diese hier. Das sind also gestorbene Zellen, die eben diese mit der Asbestfaser, mineralisch kann man sowieso nicht fressen als Zelle, aber mit dieser langen Struktur kommt eben der Körper überhaupt nicht zurecht. Deswegen ist Asbest, diese Mikrofasern eben so gefährlich, auch weil es eben sehr starr ist, wie man hier sieht. Ja, da gibt es eben Nanopartikel in vielen anderen Beispielen. Jetzt hatte ich hier, die Lunge hatte ich jetzt durch, ich hoffe, es ist klar geworden, wie unsere Lunge sich gegen den Staub, Feinstaub auch verschiedenster Art dann wehrt. Also dieses Förderband mit den Zilien und dem Schleim, das funktioniert ja bei allem, auch bei Sporen oder sonst was. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich geredet habe, eine Stunde 15. Und auch für solche Nanopartikel, hier würde jetzt also sowohl die Fresszellen in den Lungenbläschen als auch dieses Förderband des Schleims sehr gut funktionieren. Das hier ist Dieselruß. Und wir sehen hier, dass die eigentlichen Nanopartikel des Rußes, das sind die einzelnen Kullern, hier agglomerieren zu größeren, solchen fadenartigen Strukturen hier. Ich lese mal den Text vor. Elektronenmikroskopische Aufnahme von Dieselruß, die 25 Nanometer, jetzt sind wir wirklich im Nanobereich, großen Primärpartikel agglomerieren, rasch zu größeren Teilchen. Das ist dann ganz gut, weil diese größeren Teilchen kommen eben nicht so tief in die Lungenbläschen, sondern hängen in den Bronchien dann und da kann unsere Lunge eigentlich ganz gut damit fertig werden. Dieser Dieselruß oder überhaupt Ruß wird eigentlich erst dann wirklich gefährlich. Also erstens, wenn es permanent zu viel ist und zweitens, wenn krebserregende Substanzen darauf deponiert sind und das geschieht schon in manchen Verbrennungsprozessen. Und dann gibt es eben, das wäre jetzt also menschengemacht, Dieselruß, dann gibt es hier ein Beispiel, also ich habe jetzt noch ein paar mehr Beispiele von normalen Feinstaubpartikeln hier zusammengesucht. Vorhin hatte ich das ja gezeigt aus Indien, das waren fluoreszierende Feinstaubpartikel und die waren so ein bisschen biologielastig. Aber ja, eben trockene Luft und wir sind im Januar, also niedrige Luftfeuchtigkeit und dann kriegt man eben Husten. Jetzt andere, also eigentlich die meisten Nanopartikel sind nicht unbedingt, leben also nicht biologischen Ursprungs, sondern sind mineralischen Ursprungs. Das hatte ich ja beim Sahara-Staub gezeigt, aber es gibt eben auch von anderen Mineralien solche Staubpartikel und eine Sorte, die relativ häufig ist, sind diese Tonpartikel. Also Ton ist ja so Lebensschicht oder sowas ist Ton und es gibt ein Schichtmineral hier, das ist so ähnlich wie Grafit, das blättert dann so auf und das ist hier auch wieder eine Elektronenmikroskopieaufnahme und das ist Nano, weil der Durchmesser der einzelnen Blätter, der ist eben, ich weiß nicht, ob es hier steht, der ist eben im Submikro eher im 100 Nanometer Bereich und das Zeug heißt, wo haben wir es denn, da steht hier irgendwo Monte, warum steht das denn da nicht? Also ich lese den Text mal vor, vielleicht steht der Name Monte Molorit oder so ähnlich heißt das Zeug, elektronenmikroskopische Aufnahme von natürlichem Turm, die rund 1 Nanometer dicken Plättchen, oh, also die sind bloß 1 Nanometer dick, da sind wir eigentlich beim Graphen hier, bestehen aus dem Schichtmineral Montmorillonit, Montmorillonit, ja, das ähnlich wie Grafit aus lose, gebundenen, sehr dünnen Schichten besteht, 1 Nanometer, also wirklich Nanometer. Im Ton sind die Schichten in Plättchen zerbrochen und aufgeblättert. Zwischen ihnen befindet sich Wasser. Ja, Ton ist ja nun, also ist irgendwie immer feucht, allerdings, wenn er zusammengepresst wird, auch wasserdicht. Die mikrometergroßen Plättchen sind ein Hauptbestandteil des Mineralstaubs, also der anorganischen Komponente des Feinstaubs in unserer natürlichen Umgebung. Also das ist so eine Komponente. Ja, und wenn man ans Meer fährt, da denkt man immer, oh, die frische Luft und dieser schöne Wind und so, ja, da sind jede Menge Salzpartikel drin. Das ist ein Grund, weshalb wir diese Luft als erfrischend empfinden, sie es eben gesalzen. Wir salzen ja auch Kartoffeln oder Pommes oder sowas und da ist eben die Luft gesalzen. Einfach weil in der Brandung des Meeres immer kleine Tröpfchen von Meerwasser verdampfen, also die verdunsten und zurückbleibt dann der Salz. Also wenn man Salzwasser einkocht, bleibt ja eine Salzgruste zurück und das geschieht auch mit kleinen Tröpfchen in der Luft. Da verdampft das Wasser sehr rasch und übrig bleibt dann eben ein sehr feines Salzkristall und das sieht man hier. Das ist also an der Küste aufgenommen und dieser schön kubische Kristall hier, das ist Meersalz. Also da haben wir jede Menge, hatte ich vorhin auch gezeigt aus Indien, das war auch in Südindien, in der Nähe des Meeres. Da sehen wir da einen hohen Anteil von Salz, also das ist Natriumchlorid, einfach Meersalz oder Kochsalz, im Anteil der Aerosole. Und die Größe variiert stark natürlich, je nachdem, da gibt ja große und kleine Kristalle hier, mehrere Mikrometer, also das ist PM10, also bis zu 10 Mikrometer im Durchmesser. Aber bei uns hier, wenn wir im Wald sind, und das hier ist eine Feinstaubprobe aus einer Vorstadtregion in Süddeutschland im Spätsommer, da atmen wir eben auch sehr viele Sporen und natürlich auch Bakterien als mögliche andere ein und die Leute, die so ein Heuschnupfen haben, die können ein Lied davon singen. Das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme und wir sehen hier so kleine, komisch strukturierte Kullern da drin, in dieser Feinstaubprobe aus München. Also nicht die Innenstadt, sondern das war eine Vorstadt. Und diese Kullern, die stammen von Zikaden, die sich mit diesen Kullern einpacken, als Abwehr gegen Wasser, glaube ich, das ist irgend so ein, steht hier, großen kugelförmigen Prochosome sind das. Sie werden von Insekten, genauer Zikaden erzeugt und dienen den Tieren als Schutz vor Wasser, da die Teilchen extrem wasserabweisend sind. Da rechnet ja viel in München, also jedenfalls in Deutschland, also nicht bloß in München. Also am Bodensee rechnet es auch viel und diese Zikaden schützen sich dann mit diesen Kullern vor Wasser. Er scheint mir jetzt so begrenzt plausibel, aber so steht es im Text. Also jedenfalls findet man diese runden Strukturen, es sind weder Pollen noch Sporen, sondern die werden von Insekten zu irgendeinem Schutzmechanismus, Schutzzweck erzeugt. Wildquelle wieder in meinem Buch hier. Ja, also auch diese ganz natürlichen Sachen, also wenn man jetzt im Wald meint, man hätte frische Luft, da hat man auch jede Menge Aerosole, aber wieder dann einem anderen Ursprung, wobei da auch Ton-Aerosole wahrscheinlich dabei sind. Im Wald hat man ja auch Waldboden. Ja, und das sind eigentlich die interessantesten Aerosole hier, das sind die Ammonium-Sulfat-Aerosole. Da, 300 Nanometer, also die können natürlich größer werden, aber dann fallen sie eben runter, also die Aerosole-Schwebteilchen sind klein. Wir sind hier in der Größenordnung vom halben Mikrometer und diese runde Kuller hier im Elektronenmikroskop ist eingefroren, weil die gefriert eben, weil sonst würde sie verdampfen im Vakuum. Und dann haben wir nur das Ammonium-Sulfat dabei, aber an sich ist es eine Flüssigkeit in der Atmosphäre und die hat sich hier angelagert an so ein Rußteilchen. Das sieht sehr nach einem Rußteilchen an. Eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines großen Ammonium-Sulfat-Nanopartikels, das an einem agglomerierten Rußpartikel haftet. Ammonium-Sulfat-Aerosole bilden sich aus den beiden Spurengasen, Ammoniak und Schwefeldioxid. Ammoniak hat verschiedene Ursprungs-NH3, wäre das in der Atmosphäre, und Schwefeldioxid, das wäre saurer Regen, aber Schwefeldioxid stammt auch aus natürlichen Quellen. Und eine natürliche Quelle, die sehr klimarelevant ist, die will ich jetzt näher beschreiben, weil diese Nanopartikel hier, die haben einen starken Einfluss unter bestimmten Bedingungen auf das Klima. Und da schlage ich jetzt eine Brücke von der Welt des ganz kleinen Nanopartikel hin zu der Welt des Großen. Und das ist ja zum Beispiel das Klima, die sowohl aus natürlichen als auch künstlichen Quellen stammen können. Ja, und eine, inwieweit bin ich jetzt, jetzt bin ich mal 1,23, dann kriege ich das, glaube ich, noch durch hier in dieser Vorlesung, obwohl ich muss ja eigentlich nicht jedes Mal überziehen, nicht? Also jetzt habe ich noch etwas mehr als sieben Minuten Zeit. Na, also gut, wie viel ist es? Ne, das sind zu viele Folien. Also dann würde ich mal an dieser Stelle diese Vorlesung hier etwas früher beenden als sonst. Das kann man ja gegenrechnen gegen die ganzen anderen Videos, wo ich da ein bisschen länger geredet habe. Und mache nächstes Mal weiter mit diesem Bild hier, Kältephasen der Vergangenheit. Da gibt es das Jahr ohne Sommer, 1816 und das hat was mit Nanopartikeln und Aerosonen zu tun. Also vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.